Trotz meiner Sorge, wie die Bevölkerung reagieren könnte, traf ich Baraka, um über die Takatana zu sprechen. Seine aufrichtigen Gefühle bewegten mich. Ich besuchte seine Kolonie, um sein Volk zu sehen. Das Leiden war... entsetzlich. Einer der wenigen Fehler meiner Mutter. Wie alle Außenwäldler, verachtete sie die Takatana. Doch sie verdienen Mitgefühl. Und das erhielten sie nur, indem ich mein Leiden offenbarte. Mein Volk sollte sehen, dass Takat auch eine Imperatorin befallen kann. Der Skandal über meine Enttüllung war... groß. Doch mithilfe von Kitana und Tanja ging ich als Imperatorin stärker denn je daraus hervor. Meine Aufrichtigkeit, mein Mitgefühl und meine Entschlossenheit überzeugten die letzten Zweifler. Ich bin fähig, das Imperium zu führen. Mein Mitgefühl Mein Mitgefühl